Das Jahr 2015 lief für Rennrodlerin Jessica Thiebel optimal. Bei den Junioren gewann sie die Welt- und Europameisterschaft. Außerdem belegte die 17-Jährige im Gesamtweltcup den ersten Platz. Das Besondere am Rodeln ist, dass es eine der schnellsten Sportarten überhaupt ist und dass eine sehr große technische Komponente dabei ist. Also diese Kombination aus Technik und Geschwindigkeit fasziniert mich sehr. Für sportliche und schulische Spitzenleistungen sorgt die Elite-Schule des Sports Altenberg. Kurze Wege zwischen Schule, Internat und Trainingsstätten sorgen für einen effizienteren Trainingsalltag. Der größte Vorteil, den mir die Elite-Schule des Sports bringt, ist auf jeden Fall die Schulzeitstreckung des Abiturs, dass ich die 11. und 12. Klasse auf drei Jahre strecken kann, was mir die Möglichkeit bietet, mehrmals die Woche vormittags zu trainieren. Schulleiter Volker Hegewald zeigt sich von den Eigenschaften seiner Schülerin beeindruckt. Sie ist eine junge Frau, die schon sehr strukturiert ist, die eigenverantwortlich über den Tag hinaus plant, was die Schule betrifft, was das Training betrifft. Das sind beides natürlich beste Voraussetzungen für jemanden, der von Wettkampf zu Wettkampf eilt. Jessica Thiebel auf dem Weg zum großen Ziel. Mein Traum ist es einmal an den Olympischen Winterspielen teilzunehmen und am Idealfall natürlich auch eine Medaille zu gewinnen. Und 2016 bekomme ich die Möglichkeit, darauf schon einmal einen Vorgeschmack bei den jugendolimpischen Spielen in Lillehammer zu bekommen.